Okidoki! Hab ich schon erwähnt, dass ich wieder World of Warcraft spielen kann? Ach, das ist toll! Jetzt nach 2-3 Monaten den Account reaktiviert und nächstes Wunder kommt Kataklysm Toll! Eine Arie, ein Pilz Irgendwie, die Pilze sind so viele, ne? Wo kann man sich denn eigentlich mal heilen hier? Was? Ich war doch ganz klar auf dem Ding draus! Macht keine Spaß hier! Ist hier auch sowas wie ein Int oder irgendein anderes Hotel? Ein Gastro? Naja Und? Wo geht's an? Wo geht's an? Links war noch was, oder? Ah ne Den hab ich bestätigt But never So Wassaa! Boah! Kamikazebohne Ja! So Ah Nicht getroffen! Die Gegner sind kein Problem Wenn ich mir mal ausweichen würde Ich finde das cool, dass dieser Stern, der den Kampf einläutert, 3D angemeldet Gut Die Gegner hat geklappt Wo ist denn jetzt das Wasser? Ja Ich muss es mitnehmen W Joel Wop Wop Ach ja Mario Deine Mark Katastrophe Auf End component Mir energieren nicht vielleicht Joschi zu machen taxes Gewand sie sehen orous Da hin! Ah! Ah! So! Tchuu! Tchuuu! Haha! Ah, da hinten bei der Hand! Cool! Ja! Man kann auch um die Ecke fliegen! Was? Da kommt man nicht los? Ah, wohl. Da haben wir recht. Die Rätsel sind doch am Anfang. Einen spielt immer so einfach. Ich höre irgendwie so komisch über euch. Es wird ständig mal reinkommen. Irgendwie ist vorbei. Was? Okay. Aha. So. Und Piu! Piu! Lachberg-Wanderweg. Erstmal schauen. Oh, ein Apfel. Ich kann viel schneller dagegen springen. Aber die lassen das nicht zu. Ach, ich darf wieder speichern. Yippie! Spiegel speichern! Lachberge vor Felsstrahler. Felsstrahler? Ich habe irgendwie eine ganz, ganz schlimme Erinnerung. Oh mein Gott. Ich meine das mal mit meiner Freundin parallel gespielt zu haben und sie hätte hier ewig gesessen und war da am Ende sticksau, weil sie es nicht geschafft hat. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Oh Gott. Dann kommt es auf die ganze Korsche. Seit den Tagen der Ahadier wache ich. Der Felsstrahler in diesen Berg. Über diesen Pfad. Der Weg zum Gipfel ist Stein. Guck mal, wer in einer Kursung besteht mag diese nicht bestreiten. Seid ihr bereit für die Kursung? Ja man! Wenn du in 30 Sekunden gehst, A-HA-Sphäre aus der Luft. Aber gut, ja. Wenn du den Boden berühst, dann habt ihr verloren. Das ist nicht so schlecht. Äh! plan! Du musst dich auf dich nehmen. Ja. Ja, noch einmal. Da war ja der falsche Vorwort. Alter! Ja, nochmal. Okay. Hab's. Hab's. Zehn war's, ne? Was? Einmal. Prüfen bestanden. Ha! Sehr gut. Euer nächster Gegner bin ich! Ja. Hä? Was? Bist du Gegner? Und los geht's. Ähä? Was soll ich das verstehen? Pumf, pumf, pumf. Was? Cool. Äh, ja. Pfeiler A. Pumf, pumf, pumf. Ach, natürlich. Zuerst den, unter dem er nicht ist, damit er sich da nicht verstecken kann, oder? Genau. Haha. Arsch! Mein Gott! Oh mein Gott. Alter. Oh Gott, ich weiß, wenn ich vielleicht ein... Moment, wie kann ich das Vergegen machen? Ah, gut. Geht's. Relativ! Da kann ich die Animationen mit dem Spiegel tollen. Gut. So. So schwer ist es ja eigentlich gar nicht, man muss sich immer nur konzentrieren beim Ausweichen. Da kann man eigentlich jeden Blick nicht haben. Fünf. Zum Glück sind die Laser richtig langsam. Oh. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Wow, ich habe echt schneller. Ah, das war gut. Ach, Mist. Ja, ich versaut. Hihi. Piece of cake. Keine Chance, Meister. Wow. Ich habe beide getroffen. Exakt. Ich könnte meinen Klatschbrüder-Attacken einsetzen, aber... Mann. Ich verkack ja total. Komm, noch ein weiter. Geht's. Ich habe schon wieder so ein kurzes Geräusch gehört. Ja, jetzt habe ich nicht auf den Bildschirm geschaut. Ähm, ja. Ich meine, ich glaube das regnet raus. Ich habe die Chalicine zu, aber... Naja. So, jetzt wird leider kaputt machen. Komm, versuchen wir mal bei diesem Park. Ah. Komm, wieder. Wie ging das? Ähm. Wie, das ist. Ich habe auch einen Rass geändert. Okay. Ich werde ihn bei dem. Ich habe andere Schlager abgesch�det. Ich habe auch einen Rass geändert. A. Dann B. Und jetzt? A. Okay. Ah, kaputt. Perfekt. Ein, wo ein App ist. Und machen wir ein Level ab. Herrlich. Es gibt richtig viel Angriff dazu, was voll ist. Habt ihr. Moin. Ihr habt die Buchen bestanden. Und stellt euch neuen Abenteuer. Okay. Jetzt speichern wir kurz. Lachberge Vorfeldstrahler. Ich will da oben drauf. Ah ja. Ich will da oben drauf. Ich will da oben drauf. Ah ja. Ah, das war gut. Gut. Was passiert jetzt? Oben ins Wasser. Toll. Ich schaue da natürlich gespart. Also irgendwie war der nicht auf. Was? Die Linus gibt es hier auch? Drecks. Ja, Wunder. Ja, ihr schrumpft immer wenn man rausspringt. Ich lerne so viel wenn man rausspringt. Boah. Ehrlich. Ich muss viel mit dir. Noch ein bisschen lang. Dreier bitte, dreier, 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 dreier. So. So, zwei. Ich gab mich nicht nie. Boah. Helfschaden, boah. What? Hä? Hä? Das ist ja ganz ganz komisch gewesen. Waren die gerade zu groß zum drauf springen oder was? Ein Jahr. Ja, ich hab das für mich gespart. Ja, war dann halt. Du kannst mich nicht erforspring. Und das war dann. Du kannst nicht mehr, es war dann. Ja, du kannst mich nicht. Besser. Ah, nein. Okay, oder? Ach, wahrscheinlich mit dem Wind da oben, oder? Ach, keine Ahnung. Dann gehen wir mal wieder. Okay, lässt. Kleine Wäldchen, saugt ihr wieder ein und gibt sie unseren Kollegen weiter. Ach, ich wollte. Okay. Jetzt komme ich in die Box dran. Das wäre eigentlich ziemlich egal. Da wird hier nichts davon sein. Ich bin immer noch nicht an der Spitze.